. 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 Das ist Leon Seldo. Leon kommt aus Hannover, ist Offensivspieler. Und jetzt? Was ist der Plan? Es ist eine Mannschaft. Wir haben jetzt ein Spielwohnung für dich. Das war allerdings für zwei mit Leon zusammen. Pizza und Bier? Ja. Und danach laufen wir noch einen kleinen Giant, oder? Spaß. Oh, ich weiß nicht. Hey! Ich hör auf! 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 Ich muss das durchziehen. Wir spielen Fussball. Wie wollen Profis werden? Das geht nicht. Das geht nicht. Haben wir etwas zusammen oder nicht? Und wenn wir es haben? Fuck! Die provozieren nur. Haben wir oder haben wir nicht? Nein, wir nehmen nichts. Bitte. Willkommen in Hamburg. Danke.